Schaffst du das? Oh Gott! Schaffst du wirklich einen Salto jetzt? Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin bei mir zu Hause im Zimmer. Für mich ist es viel zu früh. Wir haben es 9.34 Uhr vormittag. Also wirklich sehr, sehr früh für meinen Geschmack. Ich bin gerade dabei, jetzt noch geschwind in Winterseile die letzten Sachen zu packen. Für Anita, Andrea und mich geht es jetzt nämlich keine Ahnung wohin. Anita packt Andrea und mich einfach ein. Wir haben keine Ahnung wo es hingeht. Den Plan hat nur Anita im Kopf und die überrascht uns. Wir wissen, wir fahren stundenlang, kommen auch erst irgendwann nachts zurück. Wir müssen Sportbekleidung mitnehmen und das sind die einzigen Infos, die wir haben. Ich habe jetzt schon ein bisschen Stress. Ich habe mich eigentlich verlässlich auf die Unzuverlässigkeit von Andrea verlassen. Aber die ist trotzdem um einiges pünktlicher, als ich das eigentlich von ihr gewohnt bin. Deswegen ganz schnell die letzten Sachen zusammenpacken. Meinen Reisebar suchen, den kann ich momentan nicht finden. Und dann geht es auch schon los. 20 Minuten später. Ja, Andrea? Sag ich ja oben. Ich suche nach dem Reisepass, aber ich finde ihn nicht. Ja, wie ihr gehört habt, die Suche nach dem Reisepass ist eingestellt. Das hat keinen Sinn. Ich finde den einfach nicht mehr. André und Anita warten schon unten. Mal schauen. Ah, da hinten sind sie schon. Die Mädels, sehr schön. Los geht's. Hallo. Hallo Max. Hallo Jan. Ich bin schon extrem gespannt, was hingeht. Hallo Ipims. Hallo Ipims, die Anita. Dann haben wir aber da schon mal alles ineinander drin. Aber schaut sie bitte nicht so genau hinein. Nicht, dass ihr irgendwie schon was seht. Oh, okay. Ich sehe, ah, nicht schauen, nicht schauen. Hallo André und du kleinen Sportfreundin. Was du gesagt hast, du fragst die andere Person auch, ob es seid. Ich hoffe noch immer, dass irgendein Saufäsche... Sehr klar. Ja. Ach, komm. Also deine Vermutung ist Tschechien. Dass wir die Andrea dann dort zum Arbeiten schicken. Also Ungarn, da würde ich die Leute verstehen. Ungarn würde man urtauchen. Die nehmen wir dann nie wieder mit heim, die Andrea. Die lassen wir dort. So, wir sind jetzt beim McDonalds. Kurzer Halt. Wir holen uns eine kleine Stärkung. Die Andrea ist noch drinnen. Die ist gerade am Klo oder so. Wir müssen uns jetzt eh beeilen. Ich verstecke mich jetzt da hinter diesem Mistkügel. Anita, du musst versuchen, dass man das nicht sieht, dass du filmst. Kommt, eh noch nicht. Nein, Sekunden, eh noch nicht. Ich verstecke mich da hinten. Ja, gepasst, gepasst, gepasst. Der Max muss jetzt genauso hinstellen. Dann muss den Kopf runter. Noch ein bisschen weiter nach hinten. Ein bisschen weiter nach hinten noch. Noch ein bisschen weiter nach hinten. Warte mal. Hinten sieht man deinen Leiberl. Hinten. Ja. Besser. So, so ist perfekt. Andrea kommt schon. Andrea. Hallo. Ja, oder? Ja, oder? Ja, Max will das so schnell wegschmeißen, danke. Da ist eh nichts mehr drinnen, oder? Nein, das ist nur beim Arbeiten. Oh, jetzt ist so viel Müll. Oh, shit, oh shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, wie hoch der Becherflug ist. Ich hoffe, ich habe das drauf. Ich meine, ich habe mich selbst so erschrocken, obwohl ich es gewusst habe. Ich habe den 5 Meter in den Luftkantjagd. Ich habe mich so geschreckt. So, gerade frisch über die Grenze. Anita immer noch brav am Autofahren. Weil ich habe ja keine Ahnung, wo es hingeht und die kann sowieso nicht Autofahren. Wir fahren jetzt schon seit... Lang. Seit 10 fahren wir, jetzt haben wir es, wie spät, 15 Uhr? Es ist 15.10 Uhr. 15.10 Uhr. Okay, seit über 5 Stunden sitzen wir im Auto. Anita, wie lange brauchen wir noch, bis wir da sind? Circa 20 Minuten noch. 20 Minuten. Also? Die Spannung steigt. 20 Minuten. Ich bin wirklich schon extrem spannend. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Der Druck auf der Blase steigt. Vor allem wenn wir in 20 Minuten da sind, dann muss ja irgendwo was angeschrieben sein, wo wir das checken könnten, oder? Hier steht Rettungsgasse zum Beispiel. Ah, ich habe es gewusst. Wir fahren nach Deutschland für die Rettungsgasse. Gut, Freunde, geschafft. Wir sind da im Voltigierverein Engelsberg. Ja, richtig. Habe ich richtig gesagt. Ich bin dort heute am Antreten gegen einen absoluten Profi. Der macht das seit sieben Jahren. Der Gregor steht da schon. Tadaaa. Er ist der Pro. Ich bin der Amateur. Du bist der No. Ja, ich bin der No. Mal schauen, wie viel ich da rausholen kann und wie viele Chancen ich tatsächlich gegen den Gregor habe. Das werden wir jetzt herausfinden. Los geht's. Hier besprechen jetzt noch beide, was wir jetzt machen werden. Im Schritt, oder wie? Erst einmal Schritt machen. Ja, im Schritt zuerst und dann können wir uns immer noch steigern. Ich bin schon gespannt. Du zeigst vor. Ich mache nach. Ja, okay. Du stehst dich so hin. Ja. Und dann stehst du dich erst einmal gerade hin. Und dann musst du so ein bisschen im Knie stehen. Weil mit jedem Galoppsprung musst du so ein bisschen mitfedern. Und dann zur Stabilisation die Arme an die Seite. Na gut, dann probiere ich mal da aufzunehmen. Also zuerst so, dann halte ich mich fest. Und dann versuche ich langsam aufzustehen. Und dann da so ein bisschen ins Knie stellen. Ja. Und dann noch auf dem ganzen Fuß und stellen halt. Auf einem Fuß? Nee, auf dem ganzen Fuß. Ach so. Also nicht auf dem Fuß. Ach so. Ja, ja. Sondern mit der vollen Sohle quasi. Okay. Wenn du ein Salto machen würdest, würde ich eher sagen vom Leo. Also von dem Kleinen. Ja. Ja. Willst du einmal hier einen Salto runter machen? Zeig dir mal vor. Normal einfach, oder? Ja. Warte. Soll ich mal anders hin gehen? Okay. Wow. Mega. Das heißt, ich kann mich auch wirklich auf den Pferdearsch stellen. Also du stellst dich so hin. Wenn einmal rauf springt. Ja. Und dann machst du am besten so einen kleinen Schritt hinter und dann. Okay. Das heißt, ich muss nicht von der Mitte weg springen. Ja. Aber nur nicht zu weit, weil sonst... Ja, ja. Super. Oh Gott, Max, wenn du das schaffst. Ich mach so. Ja. So. Quasi. So weit darf ich stehen? Theoretisch. Ja, nicht ganz super. Also so. Du bist vorher so geschaffen. Ja. Okay. Quasi. Und so. Okay. Okay. Aber ob das was wir tragen? Ich bin gespannt. Ein paar Sekunden später. Ach so. Aha, da wird dir helfen. Das ist also die müde, Max, okay? Das ist also die müde, Max, okay? Ja. Das sieht sexy aus. Ich bin dann gespannt, wie du das denn machst. Wow, not bad, not bad. Ja. Los geht's. Ja. Los geht's. Okay. Ah, zusammen. Ah, zusammen. Ja, das ist gut. Ah, zusammen. Ja, das ist gut. Schaut ein bisschen aus wie Superman, oder? Die Fahnen habe ich normalerweise immer erst nach dem Fortgehen. Das ist gut. Oh meinst du's. Wow. Okay, wow. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja. Das ist auch der Kostelle. Hey, mega, Max! Ja. Tadaa! Also zack, zack, der muss der Hof noch nicht machen. So, achtung, Charret. Ja, bitte. Okay. Wow. Das sollte möglich sein. Hat es schon mal jemanden gegeben, der das vorher noch nie gemacht hat und gleich an Salto probiert hat? Also bei uns nicht, auf jeden Fall. Wow, Max, dann wärst du der Erste. Das war eine zusätzliche Challenge. Ja, eine Runde geht noch. Es war schon eine Challenge, zu stehen, alleine. Also da muss man echt mal die Dings finden. Dann einen Schritt zurück, genau. Ein bisschen weiter nach hinten. Max, du kannst wirklich keinen Helm aufsetzen, Max? Hallo, Sicherheit geht vor. Ich habe keinen Helm aufsetzen. Ja, aber er ist Profi. Ich habe es dir gesagt, Max. Ja, du hast einen Schritt. Ja. Was, aber ja, aber wir machen ja... Oh Gott. Also wer ist dafür, dass er Max seinen Helm aufsetzt? Ich. Ich. Vor allem, jetzt kriege ich kein Foto mit ihm. Er wird sicher runterfliegen. Oh Gott. Das wird so gefährlich, Alter. Oh Mann. Er hat ja nicht mal stehen können. Ich kann nicht so schauen. Ich schaue es mir dann im Video an. Ja. Was geht gerade in deinem Kopf durch, Max? Wenig. Schaffst du das? Oh Gott. Schaffst du wirklich einen Zeitraum jetzt? Ja. Seit drei Minuten am Pferd und gleich einen Zeitraum gemacht. Holy. Das ist Maximilian Stein. Du bist ein Poser. Wie ist es? Wie ist es? Es war richtig cool. Am Anfang war es so, wow. Okay, zuerst die Balance finden, aber dann, wenn man sie einmal gefunden hat, sofort machen. Weil sonst dauert es ewig, oder? Ja, ja, okay, okay. Aber war cool. Also mega diese Aktion. Nicht ganz so gut wie beim Profi. Geil, danke. Bitte. Jetzt machen wir es mit dem Galopp. Alles beim nächsten Mal dann. Ja, dir hat es auch gut gefallen, gell? Ich glaube nicht, er dreht sich extra weg. Das Battle zwischen Gregor und mir ist fertig. Ich muss sagen, ich habe natürlich keine Chance gehabt. Ja, gegen den Profi war es natürlich sehr schwierig. Aber was sagst du? Für das erste Mal? Du hast echt gut angestellt, muss ich sagen. Danke schön. Dass du den Salto gemacht hast. Danke. Ja, und ich meine, das ist ja schon arg. Das hat sonst niemand, der noch nie vorher geritten ist, sich dann gleich an den Salto getraut hat. Oder, Gregor? Nee. Also war echt mutvoll. Danke vielmals. Wenn auch du begeistert bist, dann lass auf jeden Fall einen Daumen oben da. Ich finde für diesen Salto gehen sich auf alle Fälle, was sagst du? 1.000 Likes? 1.000 Likes. Wirklich ausnahmsweise heute mal was richtig gemacht. 1.000 Likes, haut rein wie mich vorhin. Kommentier auf alle Fälle noch dazu, was dir am besten gefallen hat. Und check den Gregor auf jeden Fall auf Instagram noch ab. Richtig, verlinke ich dir in der Infobox. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verlinke dir jetzt noch hier und hier ein Video vom letzten Mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Maximilian und euer Gregor. Ciao.